Wie lange dauert ihr Fahrt jetzt? Ich weiß nicht, ich habe nicht einmal die Station, das ist ein paar Stunden. Ich strecke die Fähne dazu. Aha. Ich bin damals in Zürich gefahren und habe mich mitgetragen, dass ich die Station habe. Ah ja, okay. Das ist genug Information. Wie wissen wir wann es soweit ist? Ah ja. Beim Boos sind alle heute schön, wie darf es heute schön? Ja. Beim Boos sind alle heute schön, wie darf es heute schön? Ja. 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 Was früher soll es hier bleiben? Die haben noch eine komische Anlage. Fusslige. Fusslige. Räunige. Sattelstrahl. Ne, angebunden mögliche. Super. Super. Das ist mein eigener Gesundheitslieb. Auskoppel. Schau mal, dass es hier noch ein Fuss im Wetter kommt. Besser gesagt. Echt so? Ja. Es war ja so ein Fuss im Wetter. Ich habe den Mäst du? Ja. Ja. Ja, das ist kein Fuss. Ja. Alles, was ist, du? Ja. Ja, du hast recht. Es ist ein Dach. Und ich bin da nach vorne. Es ist eine lange Tau. So ist es 2 Minuten? Okay. Ja. Okay, dann Keine Ahnung. Was ist? Ja. Das wird im Schienersatz nach Philipsburg damit zugleich. Ich brauche kein Taxi. Ich benutze nur Busse und Züge. Irgendliche Wohnhäuser wohl. Der Zug fährt nicht mitten durch die Stadt. Weil St. Pölten hat seine Straßbahn 1975 eingestellt. Oh mein Gott. Kunstlabor. Schau. Kinderpuster. Fahrtrecht. Fahrtrecht. Alles ist neu gesperrt. Ja. Busse. In Nahm. In Bahan. Das ist leer. Le released über die Änderung von St. Pflüten. In das Böse. In den Unterbreaden von St. Pflüten. Ich mache das hier. Nach der Böse und den Schuh ben. Das wird schon gesagt. In der Böse, die Eindrüstung ist völlig gesperrt. Das ist ein Nachhinein benannt, dass hier und wo er hier ist. Was? Aha. Die Haltigkeit drüben schaut sich einfach aus wie ein Bangerl und eine doofe. Die Haltigkeit drüben. Die Haltigkeit drüben. Die Haltigkeit drüben. Die Haltigkeit drüben. Gegen dich neben... Die Haltigkeit drüben. Aber für Stationen sind es nur bei Cities Flash. Ach, okay weil es bei den offenen Teilen geht. Was ist das? Jetzt wird man gut so lange die Gegend bekannt. Sind wir gleich schon da? Ich hoffe, dass ich die Richtung anders fahre. Okay. Aha, andere Route. Wir haben weitergefahren, dann bei dem nächsten Haus geschnitten. Und dann geht das mit 8 Uhr. Kein Grund zur Eile. Nein, ich gehe nicht. Schnell einen Schritt, das gehe ich. 9 Uhr 3.